Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Ja, es ist jetzt wieder alles bom und bunt. Ich habe SDR erstmal zur Seite geschoben, weil ich komme mit den Einstellungen einfach nicht klar. Und die Farben sind noch nicht zu meiner Zufriedenheit. Da werde ich noch einiges dran ändern. Aber es läuft erstmal. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Stationseinstellungen. Genau. So, als erstes wollte ich hier auftanken. Und jetzt muss ich mal gucken, wo meine ganzen Zettel sind, weil ich habe jetzt alles voll mit Notizen, was ich denn alles machen muss, um wieder aufnehmen zu können. Und irgendwo darunter sind meine Notizen, was ich geplant habe. Ha! Nehmen wir den Zettel hier. Wunderbar! So, wir sind immer noch damit beschäftigt. Jetzt muss ich mal gucken, wo meine Frachter sind. Ah ja, richtig! Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, einer meiner Frachter hat keine Schilde. Mein Besitz Schiffe. Dabei handelt es sich um einen TS. Und da brauche ich ja einfach bloß hier durchscrollen. bis ich einen finde, der in Aquilas Leuchtfeuer ist. Was machst du gerade? Aquilas Leuchtfeuer. Argon-Ausrüstungs-Doc, Weltall. Find auf Sektor-Karte. Ach so, der dockt gerade an. Er dockt an an Clusterflag-Artillerie-Schmiede. Warum das? Und warum dockst du da nicht an? Handelssoftware-Markt... Das ist aber nicht mein Frachter. Handelssoftware-Markt 1? Der ist überhaupt nicht ausgerüstet. Handelssoftware-Artillerie-Schmiede. Docke mal bitte an... gleich da, wo du bist. Andock Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay, er benachrichtigt mich zumindest. Gut, dann nehme ich gelandete Schiffe, mein Sprungantriebsknecht. Hey! Habe ich hier noch was? Nein. Mein Besitz Schiffe. Ähm, das ist ein T. P, T, nee, TM. Breiter Graben. Ziel, Königliche Forschungseinheit der Baronen. Ach, der ist doch auf Aufstattungstour. Danach schicke ich ihn rüber. Sekunde, Zettel, Stift. Eingehende Nachricht. Ach, Kielers Leuchtfeuer, Cluster, Flak. So. Genau. So, war noch einer ohne Fahrschein. Der hier. Merkur-Tanker, Argon-Ausrüstungs-Dock. Argonischer Sektor 148. Machst'n du da? Hier ist einer. Eingehende Nachricht. Hier ist einer in Heinrichs Nebel. Ach so, der Doktor Ann. Ja, der ist voll ausgerüstet und hat keine Energiezellen. Das ist der, den ihr meintet. Eingehende Nachricht. Mistral-Superfrachter, Mistral-Tanker. Wer bist du? Ach, den hatte ich hier glaube ich hingeschickt. Der ist mehr oder weniger ausgerüstet, hat aber keinen Mark III. Ich glaube, den wollte ich verkaufen. Aber warte mal, du bist auch ein Ausrüstungs-Dock. Dann handel doch mal. Zum Beispiel mit den nicht vorhandenen Schilden hier. Was brauchst du denn? Handels-Computer hast du. Mars brauchst du nicht. Warum hast du keine Versorgungssoftware? Als Frachtherr? Und Sprungantrieb gibt's hier auch nicht. Okay, dann wird dir noch jemand einen Sprungantrieb vorbeischicken müssen. Das sind die beiden einzigen. So, Altkrempel-Superfrachter. Du bist ein großes Riff im Bohren-Ausrüstungs-Dock. Da handelst du und zwar mit Ionen-Kanonen. Und mit Photon-Impulskanonen. Photon-Impulskanonen. So, großes Riff. Ionen-Kanone. Und... Wo ist denn das? Ich habe extra Zettel stehen. Ah da, großes Riff. Durchstreichen. Fertig. Gut. So. Dann springst du als nächstes. Haben wir noch übrig. Eigentlich könntest du wieder zurückkommen. Minilla-Ausfall. Mehr der Fantasie. Da. Mehr der Fantasie und Königsthal. So. Galaxiekarte. Wo ist denn das? Wow. Das war ein bisschen grell, mein Freund. Mehr der Fantasie. Und zwar... Am Ausrüstungs-Dock... ... befindet sich nichts mehr. Gut. Durchgestrichen. Minilla-Aus. Minilla-Aus-Paradies. Mies. Null. Ach so, steht ja da hinter. Null. Ja, das ist der einzige wo du noch hin fliegen wolltest. Rolx los. Genau. Minilla-Aus-Paradies. entschuldigung du musst warten heim des patriarchen achtung eines ihrer schiffe wird angegriffen heim des patriarchen den patriarchen 10 prozent 20 ich werde euer patriarchen so was 50 prozent 60 70 80 90 iniziere sprung wird jetzt ein wetter inzwischen zwei springblatt und zwar ich hoffe mal dass meine reiche system lasst den frachter in ruhe ok 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 ich hab dich im auge sind meine leute ausgestiegen nein falls du dich fragst warum jetzt gerade stirbst ziel ist nun in feuerreichweite die familie ronka und die split dynastie erkennen ihre wertvolle unterstützung dankend an als belohnung erhalten sie für die familie ronka war leider nicht fähig ihren sektor zu beschützen ihr sollte wieder keller waschen gehen sonst was ja was wird eigentlich nichts können ziel ist nun in feuerreichweite die moskito rakete so irgendwas ist mich interessiert hier das war ein frachter weniger ihr schiff wvh blabla auswahl das war ein frachter toll ich fliege bla werde abgeholt mit cayenne fernkaufmann ihre nächsten angehörigen wurden sowieso eben benachrichtigt gut das war eben nicht das war eben nicht so irgendwas hier drin erwart mich interessieren könnte nein dann wollte ich jetzt so gucken roichs los roichs los ionen kanonen eine ok kommando kommando konsolen navigation springe und fliege zur station roichs los ionen kanonenschmiede andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert ihr müsst 3 superfracht hat sein auftrag beendet und befindet sich jetzt in herons nebel gut so dann werde ich kleinen umweg fliegen sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initierer sprung erreiche system heimat des lichts kontrollzentrum alpha das ist die falsche fabrik b warum sind da 33 geschütztürme und die man holt die ab mistral und c wo war meine schild fabrik kein ziel erzgürtel war genau genau ok sprich muss ich um den frachter kümmern der hier meine geschütztürme abholen sich 30 verbrote linie ab 50 prozent 60 70 80 90 initierer sprung erreiche system erzgürtel erreiche system erzgürtel so in erzgürtel gibt es eine schild fabrik kontrollzentrum alpha und dann in der nostrop fabrik da kontrollzentrum alpha dann packe ich gleich mal die schilder ein und da gucke ich mal wohl der abholer ist der dort die schilder abholen ach die 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 geschütztürme abholen soll weil ich will ja meine ring of fires aufbauen so willkommen an bord andock vorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt so genau jetzt karte du geschütztürme gelandete schiffe da ist der abholer kommando kommandokonsole handel interne wahrenlogistik produkte der heimatbasis geschütztürme gut produzenten und verbraucher die produzenten sind geschützt zur fabrik heimat des lichts ja und fabrik station trantor ja so versorgungsbedingungen mindest lager bestand bei produzenten also mit einem wort die dürfen leer sein mindest lager bestand beim verbraucher mindestens 100 prozent das heißt er kann so lange hinschicken bis dort voll ist frachter laderaum kannst du auch 100 prozent benutzen oder wartet der bis der sein frachter laderaum zu 100 prozent voll hat produzent nicht nach planern blablabla tätigkeit endung kommando akzeptiert so was macht denn jetzt angehende nachricht dls bereitschaft warte mal ich gucke mal in trantor tor da info schildhülle der hat doch platz da steht es 51.000 von 90.000 hat er noch platz das heißt er könnte eigentlich hier geschütztürme die natürlich wieder nicht alphabetisch sortiert sind hier geschütztürme 41 stück könnte er eigentlich welche hinbringen da ist der zubringer der fall der bringt ressourcen hin und gelandete schiffe der abholer das ist ein kurier er ist mir ja drecks egal warum holt ihr den mist nicht ab warte was ist deine heimatbasis ganz einfach der holt die nicht ab weil er sich nicht abgelaufen will das ist deine heimatbasis so und jetzt ist der abholer ja info kommando kommando konsole heimatbasis trantor m2 versorger ja handel starte interne wahnlogistik produkte der heimatbasis geschütztürme so produzenten produzenten sind die geschütztürme und die fabrikstationen trantor und der verbraucher ist ja aha die heimatbasis oh warte mal hör mal kumpel 0 so produktliste genau produzenten produzenten hinzufügen ach du bist erst kurier dann hat sie es erledigt warte mal dann kann ich die produktliste so kommando akzeptiert zurück zurück zur heimatbasis natürlich ohne geschütztürme kommen interne wahnlogistik hier kann ich nicht also wieder auf 50 auf 100 prozent stellen halt so kommando akzeptiert sprungantriebsknecht ist wieder zu hause halt warte stationseinstellung verändern du nimmst mit oh ähm energiezellen energiezellen transferiert 25 mj schild transferiert energiezellen ich bin doch doof ich bin doch doof energiezellen transferiert 25 mj schild transferiert ich gebe gleich das doppelte mit energiezellen transferiert also als erstes kommando kommando konsole navigation spring und fliege zur station ähm alattas hügel in die klusterflag artillerie tralala andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so ich kann jetzt hier stationseinstellungen ich habe dem jetzt schilde mitgegeben nach herrens nebel dass er hier den als zweites machen kann und habe bei mir schilde eingeladen damit ich herrens nebel versorgen kann 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 um das nebler das nebler und nebler wenn ich das reihenwerke warum nicht in die falsche station gesprungen freie argon handelsstation genau 46 km ich hatte hier drüben reinflogen fliehen können was ist mit dir du hast keine lege in der nachricht altkrempel ja du kaufst hier eine ionen kanone gekauft danke dein nächster halt ist in firmen stolz mist und so geht es auch egal wo willst du den gauss geschütz schmiede doch firmen stolz zwei stück auf den docks also kommando konsole navigation springe und fliege zu station firmen stolz familien stolz ticker ronka lüg firmen stolz ausrüstungs doch andere erlaubnis erteilt danke kommando akzeptiert ja da kriegen wir schon in die bank hier hängt am ist ein super frachter rum und der kann maximal tragen sechs schilder ja so richtig richtig beim ersten hatte die fünf gegeben dem sprung antriebsknecht und danach noch mal fünf wo noch mal zwei obendrauf ja oder zu kompensieren weil jetzt fliege ich hier selber hin also auf dem kontroll monitor sieht es aus als ob ich bei den farben noch ein bisschen nachstellen muss weil was heißt ein bisschen ganz schön so verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt gelandete schiffe mit zwei superfrachter achtung sicherheitsdienst wir haben einen 325 im kraftwerk 25 mj genau transferiert so und energiezellen hast du danke dann werde ich jetzt nach trantor springen und die anderen schilder abgeben sprung antrieb wird geladen sind aber du bist angekommen wunderbar ich 30 40 50 prozent 60 70 80 90 ich iniziere sprung erreiche system trantor so jetzt bist du dran sprung antriebsknecht kommando 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 konsole ausrüstungsmanager ausrüstungsübergabe was kriegt der eigentlich alles jeder hat ja schon alles das heißt es müsste ja doch hat alles gekriegt ok warte mal optimierung und tuning so jetzt ja finde auf sektor karte da gelandete schiffe merkur superfrachter du bekommst von den 25 megaschul schilden sechse 25 mj schild installiert so eingehende nachricht und damit habe ich einen einsatzbereiten merkur superfrachter der keine energiezellen hat ja der hat ja 840 energiezellen transferiert merkur kommando kommando konsole navigation springe und fliege zu stationen da zum beispiel und erlaubnis erteilt kommando akzeptiert du machst jetzt eine beschaffungstour und ich fliege hier schon wieder meiner station vorbei die landeport hatte ich bisher noch nicht gehabt 25 mj schild transferiert loswerden die ich nicht habe doch hier hier sind sprung wo ich habe keine restlichen krempel ok da kriege ich jetzt vor die noch energiezellen da auch ja nur noch 2000 energiezellen klaus geschütz danke das war jetzt aus firmen stolz genau das war die bank ausgeschützt aus firmen stolz kommando konsole navigation springe und fliege zu stationen wo bin ich dort ich könnte nach paradig prime rüber fliegen da sind noch drei fotone puls kanon profit und zwei riesen zwei riesen war doch hier um die ecke da ausrüstung stock andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so wenn wir soweit das ist fertig das ist fertig was sagt mein konto 52 mille ich sollte mich mal wieder nach arbeit umsehen die paraniden die zahlen doch gut oder sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung eine begeisterung über die auswahl der produktionskomplex leichte waffen sie sprechen mit dem auto mit dem automatisierten kommunikationssystem produktionskomplex auch nicht sprechen mit dem automatisierten kommunikationssystem mal gucken wie sie mir das imperators geht sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiiert sprung erreiche system erzmine 30 kilometer erzmine mal gucken ob sie was sinnvolles gibt und dann schaue ich mal wie es wieder zirkus gerendert aussieht und stellt dann noch ein bisschen an die farben rum erzmine m gamma erzmine sie sprechen mit dem liefern sie ein schiff erzmine liefert ich da selber weißt du du müsstest nicht so viele schiffe geliefert kriegen wenn ihr schiffe die durch eure sektoren fliegen beschützen würdet meine zum beispiel dann müsste ich auch nicht so viele schiffe geliefert bekommen erzmine m erzmine m sie sprechen mit dem automatisierten kommunikation ich werde ihnen sprung antrieb wird geladen zehn prozent 20 30 40 50 60 70 80 90 momentan sehr gefragt erreiche system warten basis sie fest da gibt es auftrag sie sprechen mit dem automatisierten die übertragung glauben sie dass sie der aufgabe mit einem tp tschüss wenn ihr meine holzbänke nicht gefallen den hatten wir schon bleibt doch der sie sprechen mit dem gibt es etwas womit ich ihnen schön dass sie von ihr benötigen folgendes das hier könnte etwas knifflig werden wir haben eine größere bestellung für entertainment chips wir wollen eine neue spielkonsole bauen fliege nach kraftwerk m beta in erzgürtel und danach dann an freie handelsstation warte erzgürtel haben wir gesagt solarkraftwerk m beta da ost tor sprung antrieb wird zehn prozent haben wir nicht so gut ausgegeben 40 50 prozent 60 70 80 90 in ihrer spruch ausleben erreiche system erzgürtel eingehende nachricht sie sprechen mit dem automatisierten wasserzeit wie gerufen glauben sie dass sie der aufgabe gewachsen sind zwar gewachsen habe aber kein bock drauf sie sprechen ich bin so froh übertragen nein werden sie interessiert sonnenkraftwerk m beta ich glaube ich muss mich mal weilen hier merken superfrachter ja das ist ein heilig nebel angekommen da können wir uns nächste folge drum morgen mit einladen chips ich hab's eilig verbindung zum örtlichen handelsnetz freie station das ist die dort süd tor sprung antrieb wird geladen zehn prozent zwanzig dreißig vierzig fünfzig prozent sechzig siebzig neunzig jubi ahi iniziere sprung erreiche system wolkenbasis gut ja und mit der folge äh wasch mit der folge mit der landung hier würde ich sagen danke fürs zuschauen danke für heute zum kommentare und großen dank noch an den ghost rider dass der mir so geduldig bei meinen problemen geholfen hat bis weit in die nacht macht's gut genießt den tag und vor allem see you later und vorgang erfolgreich im namen unseres präsidenten verbindung eingehende nachricht